Eine Dünenwanderung im Volkspark Rehberge Das weiß jeder aus der Erdkunde von Deutschland. Wie das Meer fortgesetzt Sand an die deutschen Küsten spült, wie der Wind diesen Sand dann zu Flugsandbergen oder Dünen aufweht und wie nun der Kampf anhebt zwischen dem Winde, der die Dünen weiter wehen, wandern lassen möchte, und den Pflanzen, die sich auf dem lockeren Boden anzusiedeln und ihn mit ihren Wurzeln festzuhalten suchen. In diesem Kampf zwischen Wind und Pflanzen bleibt bei der Feuchtigkeit unseres heutigen Klimas die Pflanze im Allgemeinen Sieger. Anders als in den trockenen Wüstengebieten, in denen pflanzliches Leben überhaupt kaum möglich ist. Bei uns sind ja sogar die gewaltigen Dünen der kurischen Nährung einst bewaldet und dadurch festgelegt gewesen, bis im Siebenjährigen Kriege die Wälder dort abgeholzt und die Dünen dadurch wieder zum Spierball des Windes zu Wanderdünen wurden, so dass wir uns dann um ihre erneute Festlegung durch künstliche Anpflanzung vom Strandhafer mühen mussten. Weniger bekannt ist, dass es auch bei uns im Binnenlande Flugsandhöhen oder Dünen gibt. Als vor mehr als 10.000 Jahren die große Eiszeit zu Ende ging und die vom Norden gekommenen Gletscher den Boden unserer Heimat wieder freigaben, da herrschte zunächst bei uns ein sehr viel trockeneres Klima als heute. Ein wahres Wüstenklima. Und die trockenen Wüstenwinde wehten dann nun auch bei uns den Flugsand zu hohen Dünenzügen zusammen, wie zum Beispiel zu den Püttbergen bei Wilhelmshagen vor Erkner und innerhalb Berlins selbst zu den Rehbergen. Das Schicksal der Rehberge zeigt uns sehr klar Werden und Wandlung einer Düne überhaupt. Sie wurden also vom Winde zusammengeweht, nachdem das Klima der Eiszeit sich zum trockenen Wüstenklima gewandelt hatte. Als dann die zunehmende Feuchtigkeit abermals ein Klimawechsel hervorrief, da gewann die Pflanze Macht über den Sand. Sie siedelte sich auf ihm an, hielt ihn mit ihren Wurzeln fest, entzog ihn weiteren Verwehungen durch den Wind und brachte so die Düne gleichsam zur Erstarrung. Die alten Namen Rehberge, Wurzelberge und Fuchsberge erinnern noch daran, dass das Gelände einst bewachsen war. Aber dann wurden diese Berge einmal zu Kanonenbergen und Leutnantsbergen. Das heißt, Soldaten kamen hier heraus, um zu exerzieren. Wo sie das Tag für Tag und Jahr um Jahr tun, da wächst am Ende buchstäblich kein Gras mehr. Noch ärger aber wurde es, als auch in der Not und der Verwirrung und Verwilderung des ersten Winters nach dem Ersten Weltkriege die Laubenkolonisten der Gegend den Brennstoffmangel dadurch bekämpften, dass sie ähnlich wie einst die Menschen auf der kurischen Nährung auch die letzten Waldreste der Rehberge rücksichtslos abholzten. Damit wurde der Sand seines letzten Haltes wieder beraubt. Wieder gewann der Wind Gewalt über ihn, Flugsand Wanderdün bedrohten den Wedding in der Gegend der Müllerstraße. Bis die Stadtverwaltung eingriff. Mit einem außerordentlichen Aufwand an Mühe und Kosten wurde durch künstliche Anpflanzung der Sand abermals festgelegt und damit gleichzeitig eines der ödesten Gebiete innerhalb unserer Mauern zu einem wirklich wundervollen Volkspark umgestaltet. Die Urformen der alten Düne hat man dabei erfreulicherweise unverändert gelassen. Daher können wir auch noch heute im Volksberg Rehberge eine Dünenwanderung unternehmen, wenn uns auch die schönen durch gärtnerische Kunst geschaffenen Parklandschaften viel eher an Bilder aus den deutschen Mittelgebirgen erinnern. Und doch ist es so. Wenn wir Hauptwege bis zur Höhe des Rudelberges folgen, dann sind wir tatsächlich über den Kamm der alten sichelförmig gebogenen Düne gewandert. So schön. Bis zum nächsten Mal. Jetzt mache ich noch ein paar Paraflanzungen für den Kamm und mache Warning einen einen gerade